Lose, lüge, schichtli! Clara und ihrs neue Velu. Ich und Tante Emma und der Papi im Garten. Jö. Und da, uns ist Nufi. Du armer Hund, du hast es mit uns auch nicht immer einfach gehabt. Hallo zusammen. Ich bin da gerade am Fotos einkleben. Meine Schwester Clara hat mir alte Kinderfotos von uns geschickt. Fotos, die ich gar nicht gewusst habe, dass es die gibt. Wie die hier zum Beispiel von unserem Hund, Schnufi. Unser Vater hat einfach so als Überraschung einen Hund heimgebracht. Einen herzigen kleinen Dackel. Einen Rauhaardackel. Also einen, der so ziemlich rauche Haare hat. Der Dackel hat die ganze Zeit mit dem Schwanz gewertelt und hat überall umeinander geschnüffelt. Drum haben Nich und meine Schwester Clara sofort Schnufi getauft. Das hat ihm gefallen. Auf alle Fälle ist er immer wie eine Rakete anzurennen gekommen, wenn wir Schnufi gerufen haben. Der Vater hat uns stolz erklärt, dass der Schnufi sehr wertvoll sei. Der Schnufi hat einen Stammbaum. Hat er erklärt. Der Vater hat uns ein Papier gezeigt. Und ich und Clara haben sofort den Baum gesehen, den der Schnufi hat. Aber auf dem Papier haben wir keinen Baum gesehen. Hey, wo ist der Baum? Hat der Vater gefragt. Das ist kein normaler Baum. Das ist ein Stammbaum. Der Vater von Schnufi ist auf dem Schoß von der Clara gewesen. Der Hinterteil auf meinem Schoß. Die Clara hat dem Schnufi seinen Kopf gestreichelt. Ich seinen Rücken. Der Schnufi hat der Clara die Hand abgeschlägt. Er ist sehr glücklich und zufrieden gewesen. Weisst du, habe ich zu der Clara gesagt, ich habe den Schnufi Rüdig gern. Ich finde, er ist ein ganzer lieber Tag. Aber wenn er schwarz wäre, wäre er mir noch lieber. Ich finde seine graue Farbe auch nicht schön, hat Clara gesagt. Aber blond, blond würde besser zu ihm passen. Wir haben den Schnufi weiter gestreichelt. Wir könnten doch den Schnufi teilen, hat Clara plötzlich gesagt. Wenn du nichts dagegen hast, dann gehört mir der Kopf und die Vorderpfote, dir der Schwanz und die Hinterpfote. Und jeder schaut für seinen Teil. Das habe ich eine gute Idee gefunden. Für mich war es in der Ordnung, dass ich den Hinterteil des Schnufi hatte. Sein Schwanz hat nämlich immer so lustig gewagelt. Eines, als Mami und Papi ins Theater gegangen sind, hat Clara verkündet, ich habe mich entschieden. Ich färbe den Schnufi blond. Sicher nicht, habe ich protestiert. Das erlaube ich dir nicht. Aber er sieht dann viel besser aus und passt auch besser zu meiner Haarfarbe. Wenn Clara etwas sagt, dann macht sie es auch. Und sofort ist sie ins Badzimmer und hat das Haarfärbmittel von Mami geholt. Ich habe den Schnufi in die Arme genommen und brüllt, du darfst aber nur deine Hälfte blond färben, meine nicht. Gut, dann färbe ich halt nur meine Seiten. Clara hat den Schnufi tatsächlich blond gefärbt, genau bis in die Mitte. Ich habe mich furchtbar aufgeregt. Blonde Hunde gefallen mir gar nicht. So, dann färbe ich meine Hälfte schwarz, habe ich getrotzt. Hey, das ist doch gut, hat Clara gemeint. Dann sieht man besser, welche Seite an wem gehört. Ich habe die schwarzen Schuhe weichsen geholt und habe mich an die Arbeit gemacht. Und nicht lange, und der Schnufi war zweifarbig. Eine Hälfte blond, die andere schwarz. Ich glaube, der Schnufi hatte die Freude, als er sich im Spiegel angeschaut hat. Er hat auf jeden Fall fünf Minuten lang sein Spiegelbild angebellt. Ich wette mit dir, hat Clara stolz gesagt. So einen Hund wie der Schnufi gibt es nur einmal auf der Welt. Als die Mami und der Papi den Schnufi gesehen haben, haben sie zuerst einmal nichts gesagt. Beide haben den Mund aufgerissen und haben den Schnufi angestarrt. Wer hat das gemacht? Hat schliesslich der Vater gefragt. Clara hat sofort auf mich gezeigt. Er ist es gewesen. Dabei hat sie damit angefangen. Leider kann ein Hund nicht reden. Und kann darum auch nicht erzählen, wie es wirklich war. Das Mami und der Papi haben lange mit mir geschumpfen. Für diese Woche kommst du kein Sackgeld über, hat der Vater ausgerufen. Ich wollte schon protestieren. Da ist Clara zu mir gekommen und hat mir ins Ohr geflüstert. Ich gebe dir die Hälfte von meinem Sackgeld, wenn mir nicht verrat ist. Abgemacht, habe ich geknurrt. Wir haben dann zusammen den Schnufi gewaschen. Die schwarze Farbe meiner Seite ist gerade weggegangen. Die blonde Farbe von Clara ist aber geblieben. Das wächst sich aus, hat Clara gesagt. Und blüffet. Ätsch, meine Seite bleibt blond. Und ich habe mich aufgeregt. Aber was hätte ich machen sollen? Die Clara ist eben Clara. Aber eben. Auf dieser Fotos sieht die Schnufi ganz normal aus. Ein Rauhaardackel mit uns gewöhnlichen, grauen Haaren. Apropos Schnufi. Da kommt mir gerade noch eine andere Geschichte in den Sinn. Einmal haben ich und Clara im Garten gespielt. Da haben wir plötzlich ein feines Miau gehört. Wir haben unsere Ohren gespitzt. Das ist ein ganz kleines Kätzchen. Clara war ganz aufgeregt. Warum weisst du das? Weil es ganz fein ruft. Hat Clara geflüstert. Grosse Katze miauen ganz anders. Wir haben das Kätzchen im ganzen Garten gesucht. Und unter dem Johannisbeerstrauch haben wir dann ein kleines, verschupftes Kätzchen gefunden. Es war pechschwarz. Mit einem weissen Fleck auf der Stirn und der Spitze vom Schwanz war er weiss. Clara hat sofort in die Arme genommen und ist vor Freude umeinander gekumpelt. Wir haben ein Kätzchen gefunden. Wir haben ein Kätzchen gefunden. Ja, und was machen wir jetzt mit ihm? Ja, wir nehmen zu denken, mit heim ist doch logisch. Aber was sagt die Mami dazu? Hat ich gefragt. Es wird sich freuen. Und der Papi? Warum soll der Papi dagegen sein? Du, wir haben doch den Schnuffi. Hat ich gesagt. Und der Schnuffi hat Katzen nicht gern, das weisst du doch. Ach, Quatsch. Hat Clara gesagt. Der Schnuffi hat einfach fremde Katzen nicht gern. Das Kätzchen ist aber mein Kätzchen. Und der Schnuffi wird das Kätzchen gern haben. Ich bringe ihm das Bein. Clara hat also gewusst, wie man eine Katze und einen Hund zusammenbringt. Zuhause sind wir ins Zimmer geschlichen. Der Schnuffi hat schon von Weitem geknurrt. Es war ein ruhiger Sonntag. Der Vater war in der Stube, die Mami in der Küche. Und wir waren mit dem Kätzchen bei Clara im Zimmer. Nach einer Weile hat Clara gemeint, jetzt kannst du den Schnuffi holen. Aber du musst ihn vorher streicheln. Und er muss ganz ruhig sein. Ich habe den Schnuffi lang gestreichelt. Und dann habe ich ihn ins Zimmer gelassen. Zuerst ist alles gut gegangen. Der Schnuffi hat gewunderlich am Kätzchen geschnuppert. Aber dann hat das Kätzchen gefeucht. Und der Schnuffi hat gebellt. Nachher ist alles ganz schnell gegangen. Das Kätzchen hat den Riesen-Gumpen auf den Tisch gemacht. Der Schnuffi hinten rein. Das Kätzchen hat nochmal gefeucht. Und ist aufs Büchergestell gegegumpelt. Dann ist es wie eine Rakete in die Küche gerannt. Dort hat es kein Versteck gefunden und ist in die Stube geflüchtet. Der Schnuffi immer hinten rein. Nein, Klara ist am Schnuffi nahe und ich habe den Schluss von dieser wilden Jagd gemacht. Die Wohnung hat ausgesehen, wie wenn ein Wirbelsturm da durch wäre. Und was weiter passiert ist, möchte ich lieber nicht erzählen. Das kleine Kätzchen hat auf jeden Fall bei uns geblieben. Niemand hat es vermisst. Es hat im Zimmer von der Klara gewohnt. Und der Schnuffi hat zwei Wochen lang vor der Tür geknurrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017